Aber das muss ja jetzt nicht stören. Jetzt schon wieder. Oh, wieder noch eine solle Schlechti. Oh, wieder noch eine solle Schlechti. Noch eine solle Schlechti. Oh, doch. Einfach erste Werte, Daniel. Einfach erste Werte. Immerhin sind wir rausgekommen mit 140. 2.10 habe ich gebraucht. Okay, geht jetzt eigentlich noch. Aber es sind doch 2 Sekunden. Und 2 Sekunden sind wir im Rennsport. Oder in jedem Sport. Fast in jedem Sport. Wenig. Oder viel. So, wenn ich solle sagen, eigentlich ziemlich viel. Ich möchte, dass ich hier etwas näher abhanden komme. Und dann mache ich hier noch einen Abflug. Das ist... Oh, ja. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das kann man nicht. Das kann man sich nicht solle. Das ist echt nicht da, wie man sagt. Ja, da könnte etwas werden. Da könnte sich etwas zusammenbrudeln. Ja. Das Geile an der Rückblende ist ja, die das Game hat. Man muss nicht jedes Mal 3 Sekunden warten. Oder ich weiss nicht, 5 Sekunden oder so. Bis es endlich, bis es endlich wieder kann. Das habe ich in Forza so... Also, das ist ein Autospielchen. In Forza habe ich so gehasst. Und wenn der Rückblende gemacht hat, ich jedes Mal, musste ich 3 Sekunden warten. Da schiesst er einfach an. So, jetzt haben wir den 2-0 Achter. Da können wir den 1-0 Vorsprung aufbauen. Obwohl wir den eigentlich schon ziemlich aufgebaut haben. So, jetzt haben wir rausgeslidet. Ich glaube, das hat man jetzt schon vorher auch schön gesehen, wie ich geslidet bin. Ich bin plötzlich weg von der Strecke zu sehen. Obwohl ich voll durchgezogen habe. Oh, da ist ja die letzte Runde. Es geht immer so schnell. Viel zu schnell. Was ist das? Was ist das? Es geht immer so schnell. So... Ich bin einfach so... Es geht immer wieder so schnell. Und es geht nicht! Lebensjahr. Es geht immer so. und ein bisschen mehr müssen bremsen ja, und die hätte vergesessen so, nach den letzten Korderfront da sind wir im Team ja, dann slide ich wieder im Team umher yeah ja, komm jetzt ja, so ja Alter, er lässt es einfach los wäre jetzt noch geil gewesen wenn er auf die Smart Arcade ist ja, Höhepunkt, wenn wir nicht sehen 14 Sekunden habe ich mir raus geholt und ähm, der Mark Wes der Alex Mark Wes mein Teamkolleg ah nein, mit dem habe ich VW gemacht Versace ist mein Gegner aber das ist auch trotzdem mein Teamkolleg ja, gut das ist immer 6 yeah 25 Punkte für mich ja ja ja